Ich weiß ja gar nicht mehr genau. Irgendwas ist mit der? Ich weiß aber nicht mehr was. Zora! Und die rennt immer noch. Ja, da haben wir dich! Wenn ich das wüsste. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube es war wegen dem Ultralive für Biomon oder so. Ich weiß es nicht. Aber hört sich schon nicht gut an. Da müsste ich nochmal recherchieren. Weil das weiß ich leider nicht mehr genau. Da ist der Biomon. Äh. Das. Scheiße! Oh Mann. Kacke. Ach, Biomon wurde jetzt getroffen von den Giftdingern. Biomon wurde jetzt getroffen von den Giftdingern. Oho, genau. Genau das war es. Miyotismon kam das erste Mal zu den Kindern, um die ihre Wappen abzunehmen. Und sie wollen halt jetzt die Wappen. Und keiner hat es geschafft. Aber Biomon kann auch kämpfen. Und sie will es retten. Sie will uns alle retten. Egal was passiert. Die Liebe von Sora und Biomon ist so stark. Ist so stark, dass... Das Wappen erleuchtet und Bördramon digitiert. Bördramon. Ultradigitation zu. Garudamon. Jawoll. Und jetzt hat Biomon auch sein Ultralevel erreicht. Und jetzt zeigen wir mal Miotismon, was... Was wir so drauf haben. Und jetzt gibt er es mal auf die Fräse. So, jetzt dürfen wir auch nochmal nämlich digitieren. Denn wir haben drei Ultralevel Digimon. Boah, der ist heftig. Los, wäre Garudumon. Kaisernagel. Und was können wir so schönes? Schattenflügel. Oh, zieht allen ab. Schattenflügel. Aber ist das nicht in echt? Nachtüberfall. In echt ist das doch... Wie heißt das? Ähm... Ah, ich weiß es nicht mehr. Was? Und wir ziehen nicht mal viel ab. Oh, nicht schon wieder, ey. Oh. Er ist schon wieder voll. Ich fasse das nicht. Heftig. Guck mal, der Einzige, der gerade hier richtig draufhaut, hier. Ist Garudamon, ey. Gut, der zieht nicht so viel ab. So, ein Break. Dann nochmal das. So, und dann welcher für... Heilt für einen Mitglied. Für alle Mitglieder. Äh... Heilt. Ja, toll. Ob das was bringt? Nein, das sehen wir ja jetzt. Oh. Heftig. Oh, das ist so viel, ey. Bam. So, Item. Äh. So. Hier, wir brauchen Garudamon. Oh, Metallgrämon. Nein. Scheiße. Heil. Was? Heil. Ah, nee. Belebt. Verteidigung. Attacke. Okay. Hier. Gucken, ob das reicht für dich. Aber, keine Ahnung. Ja! Wir dürfen zweimal angreifen. Sauber. Sauber. Und nochmal. Tschüss. Alter Schwede. Ist der heftig gewesen jetzt. Aber wir haben es geschafft. Sauber, sauber. So, beide 26. Und... Biomond. Ist Level 19 noch. Und weg mit dir, Miyotesmon. Ab mit dir. So, Miyotesmon ist fürs Erste... Erste weg. Und wir... Und wir sind wieder alle zusammen. Und Genai ist hier. Genai, du alte Soki. Und er erzählt ihnen jetzt nicht, dass die in ihre Welt zurückkönnen, wenn die diese komischen Karten finden von Miyotesmon, die er versteckt hat, um in die normale Welt wiederzukommen. Die, 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 die... Hier, Miyotesmon dunkle Schloss. So, dann haben wir hier noch zwei Sidequests. Die machen wir natürlich. Nämlich als erstes Ogremons Knochen. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber machen wir doch einfach mal hier. Ja, hier. Ja, rank up with mad. Ja, ja, ja. Gehen wir mal rein hier. Ach, muss ich jetzt alle besiegen? Dann komm her. Denn, denn, denn. Ihr wollt auf die Fresse, oder was? Das könnt ihr gerne haben. Burgerroom. Hier, erstmal den. Oh, 4000. Next. Und den hier. Ja, fast tot hier. Und wir können jetzt auch aufs Ultralabel digitieren. Und machen jetzt hier auf alle. Voll geil, dass das auf alle geht. So eine geile AOE-Attacke ist schon gut. Jawohl, miss. Und jetzt. Hau rein. Jawohl, jawohl, jawohl. Das war. So fette Ultrafiecher, ey. Jawohl, und die unteren kriegen auch noch Level-Ups. Oh, Patamon, noch Level 16. Läuft bei dir, Patamon. Ah, drei davon. Machen wir doch mal eben schnell. Dann machen wir jetzt mal hier auf den. So, Mei, yeah. Oh, Greymon, ups. Ah, bleib ich einfach bei Greymon. Egal. So, und Biomon macht jetzt einfach hier ihr komisches Feuer hier. Schattenflügel. Bam. Da sind sie beide tot. Ja, Gokashimaki, Gugi, Gugi. Gala, Gala. Bala, Bala. So, hier, Tyrannomon. Tyrannomon. Deano, zwei. Gut, gut. Hä? Was stand da gerade? Irgendwas komisches. Oh, ich weiß. So, machen wir mal hier so'n Kick. Oh, ne, kommen wir den. Kaisernadel. Dremon. Oha. Okay, Biomon. Biomon, Schattenflügel. Oh, tot. Und der auch. Bats. 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 Heilung L. So, das ist nur Nomemon. Das war's schon dann. Dün, dün, dün. Kuwagamon. Wagamon. Boah. Heftig. Bats. Alter, jetzt geht's hier überhaupt noch. Aber der muss digitieren. Dann machen wir mal hier so'ne... ...ne Feuer-Hurricane. Boah, heftig. Oh, gesundheit an mich selber. So, hab ich jetzt alle besiegt? Ne, ja. Einer noch. Oh, wir haben nur noch einen Angriff, glaube ich. Oder? Noch nicht mal. Ah, schade. Aber wir haben noch fast alles voll. Yeah. Oh, fuck. Falsches Ding. Das war der falsche. Alles klar. Und jetzt beende das. Was? Der überlebt hat. Ich fass das nicht. Bam. Der hat halt überlebt. Ey, ich fass das nicht. Überlebt der hat, ey. So, das war's, glaube ich. Hey, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und digitieren können wir nicht mehr. Also vor allem mit Gabumo nicht mehr. So, äh... Heilung S. Für alle Mitglieder. Ne, SP-Disk. Ne, nur für den, ey. Ich mag ne Verarsche. Das habt ihr aber ein bisschen Scheiße übersetzt, meine Freunde. Toll. Toll. Und da zieht man nicht mehr alles auf. Geil, nicht mehr aufs Ultra-Werbückel mal digitieren, ey. Boah. Äh. Jetzt müssen wir überleben. Ja, locker. Locker, easy. Wir können auch digitieren, du Pisse. So, jetzt haben wir alle besiegt, denke ich. Hoffe ich doch mal. Wollen wir mich verarschen? Was müssen wir denn hier tun? Hier ist kein Arsch mehr. Können wir hier lang? Ja, hier lang. Da, runter. Loll. Lol, mussten wir die gar nicht machen? Die Scheiße, wir mussten die gar nicht machen. Fail. Och nö, wieder hier unten in so einer Scheiß-Kack-Ruine, ey. Wieso? Wieso? Und dann so eine dämliche Side-Quest auch noch. Toll. So weit gelaufen für so einen Scheiß. Ich liebe es, ja. Dö, dö, dön. Laufen wir hier lang.